Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, wie geht's? Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen zur Saisoneröffnung 2020 im Sommer. Guck mal, da ist ja sogar unser neuer Nationaltorhüter dabei. Gleich am Anfang, Oliver Baumann. Servus. Servus, Maik. Hallo. Alles gut soweit? Alles gut. Alles prima, danke. Das finde ich gut, dass wir da jetzt so kreativ unterwegs sind, um unsere Fans da auch zu genügen. Deshalb geht auch der Gruß nach draußen an alle, die sich zugeschaltet haben. Ich denke, wir sind alle froh und freuen uns, wenn das Ganze auch wieder mit Fans stattfindet. Deswegen fehlt uns auf jeden Fall allen sehr. Hallo. Hallo. Was war eure Lieblingsfitte? Gebt mich nichts an. Übersteiger. Dann wieder zwei Tore gegen Bayern machen im zweiten Spiel. Der Schnurrbart kann auf jeden Fall wieder mal kommen. Ich glaube, der ist schon gut angekommen. Deswegen überleg ich es mir mal. Es handler Ends auf jeden Fall, einiges Schlager für uns, das wir sehen uns, auf jeden Fall. classroom-Unisson-Universal für mich berühre, Untertitelung des ZDF, 2020